Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der SUB500 befindet sich im Erholungsmodus, er hat nämlich vor dem Dezembertief gedreht und mittlerweile belaufen sich die Gewinne sogar schon auf 5%. Doch sind die Bullen wirklich zurück? Das schauen wir uns mal genauer an, denn Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen rüber zum SUB500 und wir sind im Wochenchart. Der Index ist trotz der Erholung in eine wichtige Zone eingetaucht und zwar in eine Supply Zone. Eine solche Zone wird folgendermaßen definiert und zwar durch die letzte bullische Kerze vor dem Abverkauf. Das heißt, wir haben das Niveau bei 3977 Punkten und dann könnte man eben die Zone noch etwas anpassen, weil der Index vorher nochmal ein bisschen gestiegen ist, bevor er wieder abverkauft wurde. Das heißt, 4082 Punkte ist die obere Grenze. So, schwäche Signale in dieser Zone könnten ein Grund sein, den Markt wieder abzuverkaufen. Wie sieht sowas aus? Ein kurzfristiger Aufwärtstrend wird beendet, wenn kurzfristige Unterstützung nicht halten sollten und dann könnte der Startschuss gegeben sein, um dann das Tief dieser Woche zu testen und sich dann möglicherweise auch dem Dezember-Tief anzunähern. Ein Bruch über die obere Grenze bzw. das Hoch der Vorwoche würde rein theoretisch Aufwärtspotenzial freisetzen in Richtung Jahreshoch 4208 Punkte und ein Anstieg über das Jahreshoch würde dann auch diesen mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen, nicht aber den langfristigen Abwärtstrend beenden. Der ist ja schon seit über einem Jahr intakt. Das würde sich erst am Augusthoch entscheiden, aber ein kurz- und mittelfristiger Aufwärtstrend würde zumindest die Chancen erheblich verbessern, dass es dann auch im großen Bild einen Richtungswechsel gibt. Der deutsche Leitindex hat in dieser Woche auf eine wichtige Zone reagiert, 14.742 Punkte in meinem Video und heute Morgen habe ich das ein bisschen näher erläutert. Die Verlinkung gibt es unten im Video, wer da Interesse hat, gerne reinschauen. Letztendlich hat der Markt auf diese wichtige Marke reagiert, das zeigt uns der 4-Stunden-Chart, kurzfristiger Boden und der Markt hat sich zwar erholt, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart noch intakt ist. Aber wichtige Widerstände werden durchbrochen, also mal schauen, ob sich das Bild eben auch hier dann weiter aufhält. Wenn die kurzfristigen Widerstände nicht durchbrochen werden sollten, dann könnte der Markt auch nochmal in Richtung 14.146 Punkte fallen. Euro-Dollar hat vorgestern das Tief vom 8. März erfolgreich verteidigt und das bedeutet, dass hier der Aufwärtstrend intakt ist. Trendfortsetzung würde bedeuten, dass die Hochs vom Mittwoch durchbrochen werden und dann könnte sich der Markt der 1.08er Marke annähern. Lasst gerne einen Daumen da, mehr Informationen gibt es natürlich auch in meinem Video von heute Morgen und ansonsten wünsche ich allen schon mal ein schönes Wochenende.